Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich ganz besonders, dass du reingeschaut hast. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema, nämlich Überraschungen. Überraschungen in deinem Leben. Sind es Überraschungen? Wie kommt es zu den Überraschungen? Oder sind es vielleicht Geschenke? Oder schauen wir uns das einmal näher an. Vielleicht kennst du die Situation, wenn du Geburtstag hast und du weißt genau, deine Freunde kommen und die werden dir eine Überraschung bringen. Was hast du da für ein Gefühl für diese Überraschung? Was erwartet dich? Du freust dich schon darauf, weil diese Überraschung ist sicher etwas Positives. Aber stell dir einmal vor, der Chef ruft dich an und sagt, bitte Frau Soe, kommen Sie einmal zu mir ins Büro. Ich habe mit Ihnen etwas zu besprechen. Das ist auch eine Überraschung. Die Frage ist, wie fühlst du dich dann, wenn der Chef dich anruft und sagt, er hat eine Überraschung für dich? Oder eine ganz andere Überraschung. Stell dir vor, vielleicht hast du auch Kinder, vielleicht kannst du dich da reinfühlen oder vielleicht kennst du das, als du Kind warst und du bist dann Pflücke geworden und du bist die ersten Nächte mal fort gewesen. Und wie geht es dir, wenn mitten in der Nacht, so zwischen 1 und 2 in der Nacht das Telefon läutet? Was hast du dann für ein Gefühl, wann überraschend, so gegen 1, 2 Uhr in der Nacht das Telefon läutet und die Kinder nicht zu Hause sind? Da haben wir schon ein ganz anderes Gefühl. Und genau darum geht es jetzt. Was ist eine Überraschung und wie bespicken wir das? Weil jedes Wort hat ja eine Emotion, hat Frequenzen, ist aufgeladen mit den Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und bleib bis zum Schluss, ich werde dann ganz eine tolle Auflösung geben, wie du deine Situationen im Leben als Geschenke, als positive Überraschung sehen kannst. Ich möchte aber vorher nur eine Überraschung aus meinem Leben erzählen, also mit meiner Tochter, nur dass du siehst, dass das tatsächlich so ist. Bevor sie 16 geworden ist, ist sie natürlich Pubertät, das kennst du vielleicht, wenn du Kinder hast und sie wollen schon viel ausgehen, sie fühlen sich schon wie Erwachsene. Und trotzdem zu Hause führen sie sich auf wie Kinder, vielleicht auch noch wie 3-4-Jährige im Trotzalter. So ungefähr ist mir das vorgekommen, bei uns natürlich genauso wie überall. Und dann kam der 16. Geburtstag und ich habe dann so eine zündende Idee gehabt. Und dann habe ich ihr das schon 3-4 Monate vorher gesagt, sage ich, Andrea, dieses Jahr zum Geburtstag, zum 16. bekommst du von mir ganz etwas Besonderes, eine Überraschung. Dann hat sie sich schon riesig gefreut auf ihren 16. Geburtstag. Und die Überraschung war die, dass ich ihr gesagt habe, ich werde dich jetzt als erwachsene Menschen ansehen. Für mich bist du in meinen Augen jetzt erwachsen genug, dass du ab heute deine Wäsche selber bügelst und dein Zimmer selber aufräumst. Und ich war total entsetzt, aber es war eine Überraschung. Ja, die war eine freudige Erwartung. Ich habe das dann auch wirklich tatsächlich durchgeführt, aber um das geht es jetzt gar nicht, es geht um diese Überraschung. Überraschung ist eigentlich die positive Erwartungshaltung, also die Erwartung von positiven Gefühlen in der Zukunft. Was jetzt wirklich dahintersteckt, wird sich dann immer erst in dem Moment herausstellen, wo die Überraschung da ist. Und das war so für mich einfach das Schlüsselerlebnis, wie betrachte ich die Situationen, die mir im Leben passieren. Weil auch das sind alles Überraschungen. Und ein Satz hat mich auch immer begleitet, Zukunft ist dort, wo sich keiner auskennt. Also du kannst im Vorhinein nie sagen, was die Momente, ob die etwas Positives oder etwas Negatives beinhalten. Aber eins ist klar, es ist jede Situation total neutral. Du siehst ja die Überraschung. Für meine Tochter war es vielleicht nicht so positiv in dem Moment, aber für mich war es sehr positiv. War die gleiche Situation. Das heißt, wie betrachte ich die Dinge? Sehe ich die als Geschenke an? Oder sehe ich es als Herausforderung? Oder sehe ich es als Katastrophe? Und das hat der Philosoph früher, ich weiß jetzt leider, ich muss jetzt nicht am Falschen zuordnen, aber der Spruch begleitet mich auch schon ewig. Es kommt nicht darauf an, was dir passiert, sondern es kommt darauf an, wie du damit umgehst, was dir passiert. Und genau das ist es. Was hole ich mir aus der Situation heraus? Und wenn ich dem Ganzen andere Worte gebe, habe ich da andere Emotionen damit gespeichert und kann natürlich mit der gleichen Situation ganz anders umgehen. Weil wenn ich positiv auf die Situation schaue, dann kriege ich auch ein positives Ergebnis, weil ich es als wachsend sehe. Und ich möchte da nur ein Beispiel geben, weil die Situationen ändern sich ja nicht. Oder dass das wirklich mit Emotionen behaftet ist. Zum Beispiel war es bei mir so, wenn du einen Brief bekommst, wie geht es dir, wenn du Post bekommst? Zum Beispiel vom Finanzamt oder zum Beispiel von der Krankenkasse oder von irgendjemandem halt. Ist egal. Von der Versicherung. So, jetzt kriegst du Briefe. Wie geht es dir in dem Moment, wenn du den Brief aufmachst? Oder bevor du ihn aufmachst? Wie geht es dir da? Dürfst du da die Frage stellen? Beobachte die mal. Also bei mir war es so, ich habe ja einen Konkurs hinter mir. Kappt vor 20 Jahren, ist schon lange her. Und bevor so ein Konkurs da ist, hast du natürlich Jahre vorher ständig Mahnungen, ständig Klagen, ständig so negative Briefe. Und automatisch ist mit einem Brief dann so eine negative Emotion verknüpft. Und jedes Mal, wenn ich das Postkastel aufgemacht habe, habe ich schon ein schlechtes Gefühl im Bauch gehabt. Vielleicht kennst du das. Und das war dann sogar, nachdem das schon lange vorbei war, das hat ungefähr so 10, 15 Jahre gedauert, bis ich mich heute nicht mehr vor dem Brief öffnen fürchte. So lange ist diese negative Emotion an so einem Brief gehaftet. Das muss man sich mal vorstellen. Dabei ist aber der Brief ja gar nicht die Überraschung. Es ist nur für mich die Überraschung. Aber den Brief hat ja vorher jemand geschrieben. Das ist ja vorher schon entschieden. Und dann kommt er zu mir. Das heißt, ich brauche mich ja gar nicht mehr fürchten vor dem Brief. Das, was da drin steht, das ist ja schon altbekannt für irgendjemanden. Aber meine Emotion steckt da drinnen. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren, dass da auch so gegangen ist in der Schule. Mir ist es immer so gegangen, wir haben Schularbeiten geschrieben. Und ich war ja nicht in jedem Fach gut. Und es war immer spannend, was bekomme ich für eine Note. Und das ist mir als Schüler schon aufgefallen. Dann ist das immer vorgelesen worden und ausgeteilt. Und ich bin immer ziemlich am Schluss dran gekommen. Und dann sitze ich da in der Klasse mit richtig Magen-Schmerzen. Was werde ich für eine Note bekommen? Aber dabei ist das ja nicht mehr, da brauche ich nicht mehr nervös sein, weil ich hätte bei der Prüfung selber nervös sein müssen. Da war ich gelassen. Aber dann beim Austeilen von den Noten, das war für mich immer ein Nervenkitzel. Also das war eine Überraschung für mich. Der Lehrer hat meine Note schon lange gekannt. Also das ist auch jede Überraschung in deinem Leben. Oder zum Geburtstag. Wenn du Geburtstagsparty hast, deine Freunde überraschen dich, die bereiten ein Fest vor und sagen dann nichts. Und für dich ist das die Überraschung. Aber für deine Freunde ist es keine Überraschung. Die arbeiten schon zwei, drei Wochen dran an dieser Überraschung. Aber für dich ist es eine Überraschung. Also diese ganzen Überraschungen in deinem Leben sind vorbereitet für dich. Die sind wie ein Geschenk für dich vorbereitet und werden da halt zu irgendeinem Moment in deinem Leben, wo es genau für dich passt, hergelegt. Ja, zu deinem Geburtstag. Die Geschenke kriegst du genau zum Geburtstag. Die kriegst du nicht zwei Jahre vorher schon. Nein, die kriegst du genau in dem Moment, wo du bereit dafür bist, für dieses Geschenk, für diese Überraschung. Und ich habe da jetzt wirklich, es ist so, dein Leben ist ein Geschenk und du bist ja hier, weil du Erfahrungen sammeln sollst. Und auch das, was dir jetzt im Leben passiert, wo du sagst, das hat ja keiner vorbereitet, das konnte keiner wissen, ist nicht so. weil es gibt ein Universum, es gibt universelle Intelligenz, es gibt die universelle Matrix. Du kannst es auch Gott nennen oder Allah oder egal wie du diese Kraft nennst, die dir das Leben geschenkt hat. Die hat für dich ja einen Plan und alles, was dir im Leben passiert, ist vorbereitet für dich zum Lernen, zum Wachsen, zum Erfahrungen sammeln, dass du der wirst, der du bist jetzt. Also alles, was du im Leben hinter dir schon erfahren hast, hat dich ja zu dem gemacht, was du bist, weil du ein Geschenk für die Welt bist und du sollst deine Geschenke empfangen. Und das hat jetzt die Wissenschaft auch schon bewiesen. Da gibt es ja diesen riesengroßen Versuch, die wollten ja wissen, die Wissenschaftler, wer trifft die Entscheidungen in deinem Leben oder wann entscheidest du dich und da haben sie so einen Versuch gemacht, da haben sie lauter so Sonden auf dem Kopf und so und die Wissenschaftler waren im anderen Raum und haben dann beobachtet, wann kommt der Gedanke für die Entscheidung. Mache ich das bewusst oder passiert das unbewusst? Und da haben sie das mit jemandem, mit Versuch, sie haben es mit vielen probiert, getestet, und dann haben sie die Entscheidung, ob du rot oder grün dich entscheidest, ja, und sie wollten wissen, wann passiert die Entscheidung, wenn du rot und grün siehst oder ist die Entscheidung vorher da oder kommt das auf, wird das logisch gedacht vorher und das Hirn, das hat ja so neuronale Netzwerke und da läuft ja Energie und jedes Areal im Hirn leuchtet dann anders auf, also sie wissen schon, schauen, was sie tun und da haben sie festgestellt, vor der Entscheidung, bevor sich derjenige oder diejenige oder du entscheidest für rot oder grün, die Entscheidung war vorher da, nicht, wenn das Hirn einsetzt zum Denken, soll ich rot oder grün nehmen, sondern das passiert vorher und zwar ein paar Millisekunden vorher. Das heißt, die Entscheidung muss ja von irgendwo her kommen und wir sind alle verbunden, wir sind alle eins, das Universum, das sind Frequenzen und wir gehören zu dieser Matrix ja zusammen. Vielleicht hast du das schon gehört, die Quantenphysiker beweisen das ja immer mehr und diese Entscheidungen kommen von der Matrix, von Gott, von egal. Jetzt entscheidest du dich dann für rot oder grün, aber dann steht ja auch, wir haben einen freien Willen und das stimmt und dieser freie Wille ist dann nach der Entscheidung, das ist rot oder grün, ich entscheide mich für diesen Weg, das geht ja um die Wege, wo du dich entscheidest im Leben, wo deine Scheidepunkte sind und du entscheidest dich für einen Weg und das ist der richtige für dich und jetzt geht es aber darum, dieser freie Wille, was mache ich aus diesem Geschenk, was mache ich aus dieser Situation und das ist der freie Wille, weil du hast dann mit dieser Entscheidung, wenn du dich für rot entscheidest, tausend andere Möglichkeiten, was du aus diesem Rot machst. Siehst du es positiv als Geschenk, siehst du es als Herausforderung, es fordert dich heraus, siehst du es als Chance oder siehst du es als Katastrophe, siehst du es als Krise, also ich muss auch wirklich sagen, dieser Konkurs in der Situation kommt dir ja manchmal wie eine Katastrophe vor, aber heute bin ich total dankbar, dass ich das erleben habe dürfen und dass ich heute weiß, wie sich das anfühlt und dass man wieder rauskommt aus der Situation, dass es ja immer einen Ausweg gibt und das sind diese Geschenke des Lebens und mir ist als Jugendlicher habe ich auch so gedacht, dass du da möchtest immer viel Abenteuer, viel erleben und da war ich in der Lehre und dann habe ich mir gedacht, jeder Tag ist gleich langweilig. Ja, habe ich mir so gedacht. Aber dann bin ich draufgekommen, wenn ich genau hinschaue den Tag, wenn ich ihn genau beachte und beobachte, sehe ich, es scheint nur so, als wäre jeder Tag gleich, weil ich habe andere Gespräche, ich habe andere Erfahrungen, die ich mache, ich habe andere Menschen, die ich kennenlerne und so habe ich auf einmal entdeckt, obwohl wir glauben, 90 Prozent oder wir glauben immer so, alles ist gleich und nichts verändert sich, das stimmt gar nicht. Es verändert sich in jedem Moment dein Leben durch die Gespräche, durch die Erfahrungen und jetzt kommt es darauf an, wie betrachtest du deine Herausforderung. Siehst du es als Geschenk oder siehst du es als Katastrophe, als Chance und das liegt jetzt an dir, das ist dein freier Wille und wenn du etwas mit schlechten Emotionen und Gefühlen schon konditioniert hast, weil du es zur Erfahrung gemacht hast und das wird dir bewusst, dann kannst du dich Schritt für Schritt ändern, indem es dir bewusst ist und du dann diese alten Emotionen loslässt. Also heute habe ich die Erfahrung gemacht, ich kann mich über jeden Brief freuen, es steht seit Jahren nur mehr Positives drinnen und es hat sich meine Konditionierung Gott sei Dank wieder aufgelöst. Und genau das wünsche ich dir jetzt für deine Situationen. Mach einmal eine Übung und ich bin also dankbar, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich da jetzt diesen Mutmachwecker in Facebook und auf Instagram jeden Tag habe, das ist so ein Geschenk, das ist eine Herausforderung gewesen für die Ausbildung, weil ich mache Coaching-Ausbildung, ich tue mein Leben lang schon Menschen helfen, in die Schwünge zu kommen und ihre Ziele zu verwirklichen, aber jetzt mache ich zusätzlich noch eine unglaublich tolle Ausbildung, die mich einfach selber auch nochmal wachsen lässt und wo ich nochmal so viel lerne, wie Menschen noch mehr in die Größe helfen kann und diese Herausforderung, da darf ich mich ja selber stellen und dann habe ich das angefangen und es ist unglaublich, was ich jetzt jeden Tag selber für Erkenntnisse bekomme über genau das und heute in der Früh, dass ich das da machen, also das Thema jetzt heute habe, habe ich mir dann gedacht, jetzt gehe ich mal in Google rein und schaue mal Synonyme für Überraschung. Und dann ist mir das nochmal größer bewusst geworden, dass hinter jedem Wort eine Emotion steckt, Überraschung ist meistens positiv aber es ist eine neutrale Situation und wir geben dem verschiedene Worte und jedes dieser Worte hat eine andere Emotion, weil wir was anderes damit verknüpfen. Aber sagen wir, jetzt haben wir die Situation, eine Situation in deinem Leben und jetzt sagst du, das ist eine Episode, die vergeht oder du sagst eben, es ist ein Geschenk oder es ist eine Begebenheit oder es ist ein Spektakel oder es ist eine Sensation oder es ist ein Ereignis oder eine Chance und dann habe ich ein Wort gefunden, das muss ich da jetzt noch mitgeben, das muss ich ablesen, weil das kann ich mir ja gar nicht merken. Kladeradatsch, Kladeradatsch, das ist ein cooles Wort, weil das Kladeradatsch hat jetzt für dich, wenn du es nicht kennst, keine Emotion. und jedes Mal, wenn du jetzt eine Situation kommst und du denkst, das ist jetzt nicht so, wie du es erwünscht hast, sag einfach, das ist Kladeradatsch, das ist Kladeradatsch, das wird mein Wort werden für Situationen, die ich vielleicht lernen darf, positiv mit Emotionen zu bestücken. Genau, und das gebe ich dir heute mit und ich freue mich und danke dir, danke dir, dass du da jetzt zugehorcht hast. Ich hoffe, es war was dabei, was für dich wichtig wird oder das was für dich ja eine Erkenntnis war, ein Impuls, ein positiver. Und wenn du jemanden kennst, dem das vielleicht auch interessieren würde, für den das auch eine Hilfe wäre, dann freue ich mich natürlich, wenn du das Video weiter teilst und ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Einfach da unten drauf drücken, abonnieren und die Glocke einschalten, dann versäumst du kein weiteres Video mehr. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, viele Überraschungen für heute und für die Zukunft und viele Kladderadatsch. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Martina. Ciao, ciao.